und ein herzliches willkommen zurück zu erweitern kam hier bei pokémon technik auf nintendo switch mit mir von der youtube let's play es als hobby und schon beim nächsten gegner das ist schon wieder simo ich meine das sind immer gute kämpfe ja also ob man wieder irgendwas reißen können kann schon mal darum gehen und aber da lassen alles kostenlos ich würde mich freuen auch über kommentare okay okay diesmal hat er mich diesmal geht er in führung we are just shadows it's supposed to be that we die it doesn't matter warum kann ja wohl nicht wahr sein kann ja nicht sagen dass er immer meine konta durchspricht okay Das war's für heute. okay 1 1 ich schaff's zumindest mit 1 1 aber ein ticken zu langsame der wort mit sich ein konter durchbrechen das ding machen auch noch mal glück ab natürlich hammer kill Ach komm! Warum?! Shit! oh ach komm schon ey nein ach komm ich habe meinen luftabwehr attacke macht ich habe meine attacke gemacht wo ich so rauf und runter stampfe normalerweise würde diese attacke solche attacken verhindern wo der gegner quasi in der luft ist und der war da in der luft okay danke fürs zuschauen das war wieder ein kampf über pokémon technik auf nintendo switch mit mir folgen youtube let's play als hobby bei gestrigen sagt kein daumen hoch und abo und dann sehen wir uns hoffentlich auch bei meinen anderen let's plays auf meinem kanal viel spaß auf jeden fall bis dann tschüss